Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute zu unserer nächsten 5-Sterne-Online-Marketing-Veranstaltung einladen. Am 24. und 25. Oktober findet das nächste 5-Sterne-Online-Marketing-Event in der schönen Stadt Nürnberg statt. Diesmal sind drei Experten vor Ort. Zwei Tage lang gibt es Online-Marketing-Wissen satt. Suchmaschinenoptimierung wird ein Thema sein. E-Mail-Marketing wird ein Thema sein. Facebook-Marketing, Markenaufbau, Markenausbau für kleine und mittelständische Unternehmen, die Werbung mit Google Ads. Das sind die Schwerpunkte an diesen zwei Tagen. Ein Event, das sich ganz speziell an die Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen richtet. Also die Inhaber, die Geschäftsführer, die Leiter von Marketing und Vertrieb, gegebenenfalls auch die der IT. Wenn in Ihrem Unternehmen die ganzen Online-Marketing-Aktivitäten eben eher dort angesiedelt sind. Darüber hinaus ist wahnsinnig viel Zeit für Ihre eigenen, persönlichen Fragen. Sammeln Sie Fragen im Vorfeld, wenn Sie dabei sein möchten. Wir klären die in der Gruppe, die übrigens eine kleine Gruppe ist. Das ist nicht so ein Riesenauflauf von Menschen. Maximal 15 Teilnehmer können da in Nürnberg dabei sein. Es ist viel Zeit, sich untereinander auszutauschen. Wir haben immer großzügige Pausen in diesen 5-Sterne-Online-Marketing-Tagen eingerechnet, sodass man sich auch untereinander austauschen und Erfahrungen mit den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen besprechen kann. Darüber hinaus für jeden Teilnehmer ein Website-Live-Check vor Ort. Website-Kliniken machen immer Spaß. Man kann da einige Dinge dabei lernen. Und bisher hat noch jeder, der an einem 5-Sterne-Event teilgenommen hat, von diesen Website-Kliniken eine ganze Menge an Infos und Verbesserungspotenzialen für seinen persönlichen Web-Auftritt mitgenommen. Also 5-Sterne-Online-Marketing-Event am 24. und 25. Oktober im Schindlerhof. Super Tagungshotel in Nürnberg. Seien Sie dabei. Es gibt reichlich im Vorfeld die Chance, Tickets zu günstigen Konditionen zu gewinnen. Der Early Bird lässt grüßen. Also informieren Sie sich über unser Angebot auf der Webseite 5-Sterne-Online-Marketing.de. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017